Was ist das erste und größte Gebot, was Jesus selbst sagt? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen. Also ja, das Herz, das ist wichtig, das gehört dazu. Wie auch die Jünger, die nach Emmaus gegangen sind, gesagt haben, hat nicht unser Herz gebrannt in uns, als er uns die Schriften öffnete, so ungefähr. Unser Herz soll brennen für den Herrn. Unser Herz soll brennen für Jesus Christus. Unser Herz soll brennen für Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Also es ist nicht nur das Herz, sondern es geht auch um unser Denken, unseren Verstand. Es gehört beides dazu. Wenn wir Gott wirklich lieben wollen, es gehört beides dazu. Es ist nicht nur unser Herz, es ist nicht einfach nur Gefühl. Und ja, das ist eine Predigt, mit der ich dich aufrütteln möchte, in deinem Herzen. Ja, es soll in dein Herz dringen, es soll dich in deinem Herzen treffen. Aber es ist nicht das Einzige, wenn wir die Liebe Christi, die alle kennen, es übersteigt, mehr erkennen wollen. Sondern es gehört auch das Denken dazu, es gehört auch der Verstand dazu, es gehört auch die richtige Lehre dazu. Darauf will ich hinaus. Dann siehst du die Leute da draußen, in Pforzheim zum Beispiel, die nicht gerettet sind, die auf ihrem Weg zur Hölle sind. Die sich vielleicht sogar Christen nennen, die aber ein falsches Evangelium glauben, die nicht an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Wenn sie auch sagen, hey, ich liebe Jesus und ich folge Jesus nach. Haben sie überhaupt angefangen, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt? Wenn sie ein falsches Evangelium glauben? Wenn sie die falsche Lehre haben? Ich würde sagen, nein. Leider haben sie noch nicht mal angefangen, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Siehst du, es gibt eine Gefahr, nur die Gefühle zu betonen. Und das ist, was heutzutage Christen machen. Und sie kommen mit so Aussagen daher, wenn es zum Beispiel um Katholiken geht, dass sie ja auch unsere Brüder seien im Glauben oder so. Ja, viele Katholiken, sie lieben ja auch Jesus. Sie lieben Jesus. Und viele von ihnen haben ja auch Jesus im Herzen. Und ja, okay, katholische Kirche ist falsch und so, aber sie haben ja auch Jesus im Herzen. Sie lieben ja auch Jesus. Aber ist das wirklich der Fall? Es ist so, wenn wir nur die Gefühle betonen, so aus rein menschlicher Sicht, und wir haben nicht so eine große Liebe wie Gott. Wenn wir dann nur die Gefühle betonen, dann gibt es so viel mehr Menschen, die gerettet sind angeblich. Die aber tatsächlich nicht gerettet sind, weil sie ein falsches Evangelium glauben. Und die eben auch nicht wirklich die Liebe Christi überhaupt angefangen haben zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Was will ich damit sagen? Siehst du, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, wenn du an ein falsches Evangelium glaubst, dann glaubst du im Grunde genommen, was ist typischerweise das falsche Evangelium? Na ja, es reicht nicht aus zu glauben. Ergo, Jesus ist nicht für alle deine Sünden gestorben. Jesus hat nicht alleine das Kreuz getragen. Jesus hat nicht alleine deine Sünden getragen. Du kannst nicht einfach so glauben und so weiterleben wie vorher. Du musst auch dein Leben ändern, du musst auch von deinen Sünden umkehren, du musst dich heiligen. Und wenn du diese oder jene Sünde begehst, wenn du zurückfällst, dann verlierst du deine Rettung oder du warst nie wirklich gerettet. Aber was macht die Liebe Christi aus, die alle Erkenntnis übersteigt, dass sie nichts mit unseren Taten zu tun hat, dass wir es null wert sind, geliebt zu werden? Abraham konnte seinen Sohn Isaac darbringen. Man kann das vielleicht noch ein kleines bisschen mehr verstehen, auch wenn das schon unbegreiflich ist. Weil Gott es ihm gesagt hat. Okay, er hatte den Befehl von Gott, aber Gott hat es einfach aus freien Stücken für uns getan. Warum? Das ist eben die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Aber jemand, der in falscher Evangelium glaubt, der hat noch nicht mal angefangen, die Liebe Gottes zu erkennen. Der ist noch nicht mal bei Schritt 1. Denn das Einzige, was er erkennt, ist vielleicht maximal, ja okay, Gottes Liebe ist groß. Aber es ist letzten Endes menschliche Liebe, die er da sieht. Menschliche Liebe ist nicht vollkommen. Wir wollen immer auch etwas für uns haben, nicht wahr? Und hey, zu einem gewissen Grad ist das normal. Ja, das ist einfach so. Aber was macht die Liebe Gottes so besonders? Die alle Erkenntnis übersteigt. Was macht sie so unbegreiflich für uns? Dass das Gott nichts fordert. Null. Dass Gott es aus freien Stücken getan hat. Der Vater gibt seinen Sohn aus freien Stücken dahin. Jesus lässt es alles über sich ergehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, der mit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und die Leute da draußen, die nicht gerettet sind, sie haben noch nicht mal angefangen, die Liebe Christi zu erkennen. Es geht nicht einfach nur um Gefühle. Einfach zu sehen, okay, ja, Gottes Liebe ist groß. Und, ja, ich liebe ja auch Jesus. Das ist nicht alles. Weißt du, worauf ich hinaus will ist, wenn wir als Baptisten mit der richtigen Lehre daherkommen, die Lehre betonen. Wir betonen hauptsächlich die Lehre, nicht wahr? Dann wird uns vorgeworfen, dass es irgendwie lieblos sei. Und dass es irgendwie so spalterisch sei. Oder ihr seid so lieblos und ihr bringt eure Spaltung mit eurer Lehre. Oder Leute sagen dann, ja, ich hab das mal in einem Gespräch mitgehört. Da meinte jemand von wegen, ja, wenn jemand nicht Heilsgewissheit hat, dann ist derjenige nicht gerettet. Und, ja, ich meine, 1. Johannes 5, Vers 13 sagt, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, wenn jemand gerettet ist, dann weiß er, er hat ewiges Leben. Der heilige Geist gibt nur das Zeugnis, dass er Gottes Kind ist und so weiter. Also meinte eben jemand, ja, wenn jemand nicht Heilsgewissheit hat, dann ist derjenige nicht gerettet. Meinte ein anderer, oh, was soll das denn so ungefähr? Ja, ich will doch einfach nur, dass die Leute Jesus kennenlernen. Ja, so nach dem Motto, eine Beziehung mit Jesus haben. Das ist eben alles so gefühlbetont. Uns wird vorgeworfen, die wir mit der Lehre daherkommen, dass wir so lieblos sein. Aber weißt du was, ich will, dass sie Jesus kennenlernen, die Leute. Ich will, dass sie die liebe Christi mehr erkennen. Die alle Erkenntnis übersteigt. Aber es gehört auch die Lehre dazu, das richtige Evangelium. Erst dann kannst du anfangen, die liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wenn du realisierst, ich kann gar nichts tun. Ich komme mit komplett leeren Händen. Jesus ist für alle meine Sünden gestorben. Sprich, ich kann nichts weiter tun, als Jesu Liebe anzunehmen, als zu glauben an ihn. Das ist alles, was ich tun kann. Aber ist das, was die meisten Leute da draußen glauben? Die sich vielleicht sogar Christen nennen? Nein. Sie glauben, dass sie auch irgendwas bringen müssen. Aber dann ist es nicht mehr die liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt.